Yo ho ho Leute und herzlich willkommen zum CSGO Adventskalender 2017 und heute ist auch schon Tag 9 und es gehen natürlich wieder drei weitere Preise raus an euch. Und zwar Preis Nr. 1 wäre eine abgesiegte Schrottflinte The Kraken. Der zweite Preis wäre dann eine ABP Elite Build und der dritte Preis eine P90 Asimov. Die Gewinner von gestern setzten ja heute wieder aus und die von vorgestern sind ja ab heute wieder mit dabei. Und für die die sich fragen, also für die die jetzt neu auf dem Kanal sind und sich fragen wie was geht hier ab. Am erster Link in der Videobeschreibung dort kommt ihr zum Teilnehmervideo. Dort erkläre ich wie könnt ihr teilnehmen was gibt es zu gewinnen. 24. Dezember gibt es bei der Welt einen Knife als Hauptpreis und sonstigen Sachen. Es wird mir prinzipiell alles in dem Video erklärt und dort könnt ihr dann auch teilnehmen. Und dann gibt es noch einen zweiten Link in der Videobeschreibung. Das ist meine Trade World für die Leute die den Pot des CSGO Adventskalenders noch vergrößern wollen bzw. den noch krasser gestalten wollen und dann noch ein paar Preise dazu offern wollen. Sei es auch wenn es nur ein 3 Cent Skin ist. Ich sammle die kleineren Skins dann und mache daraus ein Bundle wenn ich mehr davon habe. Für morgen hätte ich schon da ein paar kleine Skins aber mir fehlt halt noch was dass ich das dann als Bundle completen kann sag ich mal. Dann würde ich auch gleich mal die Gewinner ziehen. Und zwar der erste Skin war ja die abgesiegte Shortflinte. Die geht heute raus an 10er Passive ist es nicht. Der war gestern schon bei den Gewinnern dabei. Du setzt heute aus. Somit gibt es einen Re-Roll. Die AWP Elite Build. Ey Junge. Die AWP Elite Build geht jetzt dreimal in Folge. Das ist jetzt schon zu krass. Der war gestern auch bei den Gewinnern dabei. Ey Jungs was ist hier los? Jetzt kann ich dann das neu laden. Backslammern. Du warst gestern nicht dabei. Würde mich über Skins freuen. Ja du bekommst es an die AWP Elite Build. So Kommentare wurden neu geladen. Die P90 Asmove. Die geht jetzt raus. An den. Matrixi. Boah du warst gestern nicht dabei. Somit Glückwunsch und die P90 gehört dir. In Zukunft muss ich da mehr Tabs laden. Weil jetzt sind ja schon ein paar Boys dabei. Die haben einen ticken mehr Kommentare. Die kommen werden vielleicht das öfter gerollt. Und dass das halt ja. Egal. So mal Glückwunsch an euch drei. Dann wie gesagt am 24. Dezember gibt es das Hauptpreis. Ja ein Knife. Dann war es dann auch schon wieder mit dem Video für heute. Zeigt mir wie hyped ihr noch seid auf den CSGO Adventskalender. Mit einem Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr freuen. Und hilft mir auch weiter. Und dann sage ich dann auch gleich ciao. Und bis morgen. Euer Santa Elmo. Frosty the Snowman is a fairy tale they say. He was made of snow but the children know how.